Leute, also wirklich, wirklich, ey, sehr wack, muss ich schon sagen. Aber guck mal, es nervt mich, es nervt mich schon so ein bisschen, dass ich halt diesen Song bis jetzt halt auch nicht gut finde und es halt auch nicht sagen kann, weil die Leute theoretisch dann auch denken würden, dass ich sozusagen Karpis supporte, ja, oder dass ich mich sozusagen auf Karpis Seite schlage. Überhaupt nicht so. Der ist so weit weg von mir und ich will hier einfach auf Twitch gar keine Ausdrucke sagen. Aber ich kann ja auch nicht dann sagen, boah, geil, feiere ich so. Und wenn dann diese Thai-Boxer-Line kommt. Bro, du hast dich gerade am krassesten Disstrack aller Zeiten und Safe ist ja krasser als das Urteil, das ist einfach so, ja. Klar, Savas und Echo hatten auch ihr Dinger am Laufen gehabt und so, aber dieser Song, Leben und Tod, ist der absolut, das ist der Maßstab. Und an diesem Song muss sich jeder Disstrack sozusagen messen lassen. Und dann nimmt er sich die Thai-Boxer-Line. Na, das ist nicht cool, Alter. Also bei mir gab es eine Menge Gründe, warum diese Line komplett gepasst hat. Aber Bro, Alter, weil Karpis sein Leben in Thailand schillt, das reicht noch nicht für die Thai-Boxer-Line.